faul man das ist doch scheiße von euch du scheiß schiedsrichter muss mir eine pfeife ich habe hier irgendwo eine pfeife wie laut sagt jetzt kriegst du den oder was das war meine nachbarn das ist es das war schön das war schön euch kennengelernt zu haben das ist es gewesen das ist passiert du hast einfach gerade gefilmt ich würde auch überkommen ist das passiert als der da ist der doof wenn die mich fragen nicht war es nicht ich will doch hochkommen weil dieser verkackte schiedsrichter nicht gefilmt hat digga wo waren dies kein faul hier zwei zwei ich habe vieles zu hause aber keine pfeife so ein scheißspiel wie kann man da kein elfmeter pfeifen ehrlich lasst mich liegen oh oh gott portugal es der ronaldo ronaldo c7 was 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 oder ich hab c7 gezogen oh mein gott und wir täuschen einmal an wir machen wir tun so als wären wir v und spaß ehrlich für mich dass die größten v-männer die nicht mehr sie geben kannst du haben kannst du haben wir sind fertig wir wollen ja das auf defensiv wieder gehen nur also auf weil so sind wir schon sehr anfällig für könnte ja was ist das denn es reicht doch irgendwann oder nicht es reicht doch irgendwann fresse alter es reicht doch irgendwann es reicht doch irgendwann meine fresse es reicht doch irgendwann der nächste kontrolle der kaputte sollte der nächste kontrolle der kaputte ist alter der nächste kontrolle der kaputte ist meine fresse dieses jetzt was bekommen wir wir versuchen uns zwei spiel cool genauso und nicht anders ich wenn wir jetzt noch ein sieg schaffen dann fühlte ich auch so ehrenvoll er quittet einfach selbst wenn ich wieder gewonnen bin das war aber auch dieses turnier ich weiß nicht ob du da schon mal mitgespielt hast als hier die monty kannst du jetzt bitte aufhören ich muss mich jetzt hier konzentrieren also jetzt jetzt mal real talk was möchte dieses spiel von mir 1 2 nein 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 ach pick mein leben digger das spiel ist so der grösste schrott weil gegen den kann ich wirklich alles machen gegen den kann ich auch irgendwelche feilrück zertore probieren glaube ich kopfball flanken alles klar genau da war traurig eingewechselt mit dem läuft jetzt naa 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 Ah! Hilfe! Trinker? Oh mein Gott! Was war das für ein Ton, Digga! Der kann abwehren! Unterdruck! Ja! 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 Yes! 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 Schön! Oh mein Knall, Alter! Ey, Digga, aber das... Nein! Nein! Pressen! Oh ja, Digga, ist aber... Ähm... Ey! Ja, Digga, oh mein Gott! Ja, ich wusste grad gar nicht, was da war! Ach du Scheiße! Und bei den Silberaufgaben, da ist es ja immer bunt gemischt gewesen. Mal so, mal so. Komm bitte, bitte, bitte! Nein! Das kann nicht sein, Digga! Das kann nicht sein! Zweimal Alu! Zweimal! Das ist unglaublich! Beut! Fügt! Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bam bam bam! Gefinkt! Ui, ui, gut. Gut, gut, gut. Grip, ja, warte, 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 warte! Machst du mir jetzt immer die Packs aus? Auf einmal wie von einem Geist gestoppt. Ich will gar nicht mehr. Und dann geht er zurück. Hä? Tschüss. Wenn du jetzt mit Nase aufmachst, bekommst du Workout. Oh mein Gott, das hat er jetzt gecallt. Okay, warte mal, danach mach ich mit meinem linken Ei auf. Oder jetzt Nikola Peck. Mal sehen, was jetzt kommt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, warum spielt er nicht auf Neymar? Ja, genau. So will ich das sehen. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Okay, das muss er noch einfach klippen oder in die Highlights mit aufnehmen. Warum gibt es eigentlich kein 86 plus für Champions Upgrade? Kevin! 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 Oh mein Gott! Scheiße! Wenn das bestraft wird. Ohohohohohoho! Scheiße! Geht nach innen! Da kommt der Schuss! Sensationelles Tor! Jetzt kommt irgendwie so ein 77er mit 90 Pace. Da ist er! Oh mein Gott! Ich sag's auch noch! Was? Ich bin der Hellseer in Person! Nein, Bro! Quitte nicht! Hey! Mach nicht diesen! Ja, scheiß auf dich wirklich! Was ein unehren Mann! Hoffentlich! Hoffentlich! Gehst du zu deinem kleinen Cousin! Und willst auf lieben Onkel machen! Ja, Bruder perfekt! Cousin, Onkel, ja! Und willst auf coolen großen Cousin machen! Willst mit dem Lego spielen! Ziehst aus irgendeinem Grund deine Socken aus! Und ich hoffe du trittst so auf so ein kleines Legosteinchen! Was du nicht sehen kannst, weil der Teppich rot ist! Und dein Legosteinchen ist auch rot! Und du kannst es nicht sehen! Und es wird so weh tun! Und du erschrickst dich! Hoffentlich!